So, ihr seht schon, was ich hier vor mir habe, nämlich die nächsten Artefakte, um den Skin zu verändern. Ihr habt es gerade gesehen, wo befinden wir uns? Wir befinden uns in Catty Corner, genau hier an diesem Turm. Ich denke mal, die meisten werden genau wissen, wo ich mich hier befinde. Ich wollte eigentlich gerade für euch die Aufgabe machen mit dem Aufrüsten und dann habe ich halt die Artefakte gesehen. Ich habe ja gesagt, ich zeige euch jede Artefakte, die ich finde. Ich hoffe, ich konnte euch damit nochmal weiterhelfen und wenn ja, natürlich gerne ein Like da lassen, Abo nicht vergessen. Denkt dran, bis jetzt haben wir hier jetzt einmal welche gefunden, dazu hatte ich ebenfalls schon ein Video hochgeladen. Und dann jetzt hier bei Catty Corner, genau, ich zeige es euch nochmal, genau an diesem Turm. Also haben wir jetzt insgesamt schon 8 Artefakte gefunden. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen, euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Sammeln. Ich werde natürlich weiter für euch die Aufgaben machen und in dem Sinne euch auf jeden Fall viel Spaß beim Leveln und haut rein.